Der Alltag einer ganz normalen Beziehung? Daniela Katzenberger, 34, und Lukas Kordalis, 54, fanden 2014 zueinander. Die Geburt ihrer Tochter Sophia, 6, vervollständigte ein Jahr später ihr Glück. Im Jahre 2016 gingen die beiden TV-Stars zudem den Bund der Ehe ein. Auch wenn die Leidenschaft in ihrer Beziehung noch lange nicht erlöschen ist, haben die beiden auch einige ganz unspektakuläre Momente miteinander. Daniela teilte jetzt ein Bild aus ihrem Alltag als Paar. Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Daniela einen Schnappschuss von sich und Lukas in ihrem Badezimmer. Im gemütlichen Morgenmantel putzt sich die Katze die Zähne. Ehemann Lukas rasiert sich derweil gediegen den Bart. Sieben Jahre Beziehung auf einem Bild, scherzt die gebürtige Ludwigshafenerin mit ein paar grinsenden Emojis über das sogenannte verflixte siebte Jahr ihrer Beziehung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Blondine Details ihrer Beziehung mit ihren Fans teilt. Auch das Jubiläum ihrer Eheschließung mit Lukas hatte Daniela im Netz gefeiert. Mit einem süßen Throwback-Pick hatte sie ihrem Gatten im Juni gratuliert. Alles Liebe zum Hochzeitstag mein Schatz, hatte sie die Aufnahme happy kommentiert. Alles Liebe zum Hochzeit, hatte sie die Aufnahme happy kommentiert. Alles Liebe zum Hochzeit, hatte sie die Aufnahme sehr wohlgekehren. Schön, Herr Söder, bin ich hier ein Problem. Wow. Alles Liebe zum Hochzeit, alles Liebe zum Hochzeit. Alles Liebe von einem Garten im 나오�den. Alles Liebe zum Hochzeit, alles Liebe zum Hochzeit. alles Liebe zu uns, dass sie zu uns aufhörern. Alles Liebe zum Hochzeit hat, requested er es zu uns. Untertitelung des ZDF, 2020